Einen schönen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass meine Geschenke, die ich gekauft habe, in Anführungszeichen gekauft habe, eingetroffen sind. Und das müssten die vom Wilde Herzen Team Battle Event sein. Ich war in dem Team von Hey Stan und wir sind Platz 1 geworden und weltweit glaube ich Platz 3, was schon ziemlich krass ist. Deswegen haben wir hier diese Spitzhacken noch dazu bekommen. Dann gab es diese knallbunte Formenlackierung, ein Spray und zwar von Fischstäbchen. Ja, Emote-Icon GG ist auf jeden Fall eins, was man gebrauchen könnte manchmal. Und ein Banner-Symbol, also es sind jetzt nicht wirklich krasse, die vorderen zwei hier sind eher die, die man am meisten gut gebrauchen könnte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, in welchem Team ihr wart oder ob ihr überhaupt mitgemacht habt. Und wenn ja, was ihr gewonnen habt, in welchem Team, würde mich mal interessieren. Ich war wie gesagt in Hey Stan und wir waren Platz 1 regional und Platz 3 weltweit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao Leute. Und dann bitte.